Trotz der immer leistungsfähigeren Monitor bieten dir auch Sucher Vorteile. Der größte Vorteil von Suchern ist, dass sie dir bei Seiten- oder rückwärtigem Licht das Geschehen vor der Linse ohne Einschränkungen zeigen. Während ein Spiegelreflex-Sucher, der das Geschehen vor der Linse in Echtzeit ohne Verzögerung zeigt, hat ein elektronischer Sucher immer eine geringe Verzögerung. Bei besonders langsam elektronischen Suchern können sich schnell bewegende Objekte schlieren ziehen. Bei Nachtaufnahmen haben elektronische Sucher aber den Vorteil, dass sie das Bild künstlich aufhellen, sodass du erkennen kannst, was du fotografierst. Bei optischen Suchern bleibt es hingegen einfach dunkel.